herzlich willkommen zu meinem nächsten video aus meiner reihe fotografieren mit dem smartphone und heute geht es um das bouquet das heißt einen teil schlitt man scharf den anderen teil des fotos stellt man unscharf wir haben auch ein letztes den videos ein bisschen das schon mal angeschnitten und in diesem video arbeite ich da jetzt mit der app camera mx du kannst aber auch andere apps verwenden die werden ähnlich funktionieren kann man x habe ich in einem grundlagen video schon besprochen ist besonders geeignet für einsteiger ist gratis und wenn du dich da mal schlau machen möchtest wie funktionieren welche vorteile diese app gerade für anfänger hat empfehle ich dir mein grundlagen video ja beim bouquet effekt geht es darum dass ein bild der scharf und recht unscharf gestellt wird wie hier zum beispiel habe ich da den vordergrund unscharf gestellt den hintergrund oder ein teil des hintergrundes dann scharf gestellt das ergibt glaube ich eine ganz tolle wirkung bouquet kommt selber der begriffe aus dem japanisch und bedeutet unscharf und verschwommen und dieser begriff hat sich eben dann dafür dann in der fotografie kauderwelsch gewissermaßen irgendwie durchgesetzt wie schafft man das dass man entweder eben dann den vordergrund oder den hintergrund eben scharf stellen und der rest wird dann unscharf wichtig ist dann je nachdem wie nah da mit einem smartphone und wie gut das smartphone die kamera eben dann verbaut ist kannst du dann eben auch näher rangehen an das objekt oder muss dann hier rangehen um im vordergrund zum beispiel schaffe überhaupt scharf stellen zu können muss sich heute an einem bestimmten bereich dann befinden da würde ich empfehlen das einmal auszuprobieren ich habe das hier ein anwalt in einem bach gemacht und habe in dem fall im unteren bereich den vordergrund scharf gestellt der hintergrund ist dann unscharf und im oberen bild ist das gern umgekehrt dass dann dem fall der bach und der bereich dann eher scharf ist und der vordergrund ist dann eher unscharf und wie man das jetzt genau macht man macht es eigentlich so dass man den fokus punkt über dem einem anderen video schon mal gesprochen haben manuell festlegt das heißt ich drücke an einer bestimmten stelle auf meinem display hin nämlich auf dem bereich wo ich meine dass das besonders toll ausschauen könnte wenn der scharf gestellt wäre dem fall in unteren bereich auf die pflanze im vordergrund gedrückt damit ist der autofokus dann nicht mehr hat er nicht mehr die macht es selber irgendwie einzustellen ich drücke dann drauf und es merkt sich die kamera und ich möchte in dem fall dann dass der vordergrund scharf gestellt ist im oberen bereich habe das dann dem autofokus zum beispiel überlassen und da hat dann den hintergrund zum beispiel eher scharf gestellt also je nachdem wenn ich kurz drauf drücke auf dem display wird dann der bereich scharf gestellt und der rest wird dann auch dementsprechend bei automatisch dann unscharf dargestellt ja und wenn du natürlich jetzt selber mit diesem pokets dann arbeiten möchte ist dann bietet es sich an hier eine übungsaufgabe durch zu bewältigen mach also zwei fotos beim ersten foto wird es dann darum gehen dass du den vordergrund scharf stellt und der rest unscharf sucht dass ein motiv wo das gut funktioniert wählen dann wieder das entsprechende bildformat nämlich 16 zu 9 4 3 1 1 was man wann wo verwenden könnte aber in einem anderen video schon angesprochen und beim zweiten foto geht dementsprechend darum dass man den hintergrund scharf stellt und im vordergrund dann unscharf stellt und da passt dabei natürlich dann das motto dass wir auch schon besprochen haben objekt im vordergrund scharf stellen nämlich vordergrund macht bild gesund das heißt schau dass du nicht einfach nur irgendwie ein hintergrund hast und dann ab fotografiert sondern dass doch etwas im vordergrund hinein nimmst dass du das bild ein bisschen das foto ein bisschen in ebenen dir denkst dass im vorderen bereich etwas sein sollte was interessant ist und im hintergrund und im idealfall vielleicht sogar in der mitte etwas was spannend ist ja ich hoffe du hast dann viel spaß mit dem fotografieren mit hilfe von pokets und wir sehen es aber dann auch natürlich wieder im nächsten video wenn es darum geht fotografieren mit dem smartphone